Hallo Leute, herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Die Gangster Gang. Ja, letzte Woche war es ein bisschen schwierig, sich da einen Film auszusuchen, weil augenscheinlich so nichts Tolles da war bei dem Film. Und ja, dann habe ich mich halt für den Film Die Gangster Gang entschieden. Und ich muss sagen, dieser Film hat mich positiv überrascht. Also, für das es eine Notlösung war, war der Film richtig gut. Es geht da um eine Gruppe von animierten Tieren, die jedes Verbrechen begehen, was sie begehen können. Bis sie dann eine Statue stehen wollen und sie sind dabei auch aufgeflogen. Sie werden gefangen genommen und werden in einen Rehabilitationskurs geschickt. Nach diesem Kurs sind sie auf einer Veranstaltung, wo diese Statue auch wieder ausgestellt wird und präsentiert werden sollte, ist die Statue weg. Ich muss sagen, die Charaktere sind sehr lustig zusammengewürfelt. Einmal so ein schlauer Fuchs, der wirklich ziemlich gut durchtrieben ist. Dann einmal eine Schlange, die halt so, ja, so ein bisschen manipulatorisch auch ist. Dann ein Piranha mit einer richtig kurzen Zündschnur, muss man sagen. Und eine Tarantel, die so eine Superhackerin ist. Einfach lustig zusammengewürfelt, die Truppe, muss ich sagen, ey. Und ja, die Animationen sind gut. Gerade so von der Schlange, wie die sich bewegt, wirklich super gemacht. Und die ganze Story ist super. Die Effekte, die da gemacht werden, sind super. Und der Tonmischer, muss ich sagen, das ist für mich ein Highlight gewesen. Also der Tonmischer musste an dem Tag wirklich richtig Bock gehabt haben auf seinen Job. Weil er hat wirklich auch sehr gut versucht, den Sound auch wirklich räumlich darzustellen. Wenn wirklich hinten Stimmen waren, hat man die auch wirklich hinten gehört. Was eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein soll. Aber ich habe auch teilweise auch Sachen von oben gehört, die dann auch von oben gekommen sind, weil ich war im I-Sense gewesen. Und ja, ich muss sagen, vom Ton her bin ich auch richtig, richtig, richtig gut unterhalten worden. Der Ton, der hat wirklich richtig gut gepasst. Und ja, die Stimmen, die waren auch super gewesen. Und es gab noch so eine Kleinigkeit, die mich so ein bisschen gestört hat, in Anführungsstrichen. Das war, wo man dann anfing, bei einem Familien-Kinderfilm von Elektromagnetismus zu reden. Da muss ich sagen, kommt Leute, das müsste man ein bisschen einfacher erklären. Aber ansonsten, ich habe mich super unterhalten gefühlt. Ich habe gelacht im Kino. Also von daher, super, super der Film. Und ja, ich muss sagen, ich kann den Film nicht komplett 5 Sterne geben. Aber er war auch besser als 4 Sterne. Und somit gebe ich den Film zwischen 4 und 5 Totenköpfen. Weil er genau dazwischen liegt. Er ist nicht perfekt. Er ist nicht perfekt. Aber er ist auch sehr, sehr gut gemacht. Und er macht sehr viel Spaß. Für einen Familienfilm also absolut gut. Wenn ihr mit euren Kindern ins Kino gehen wollt, kann ich euch im Moment diesen Film absolut empfehlen. Somit diese Bewertung. Ja, nächste Woche, beziehungsweise diese Woche gehe ich in den Film Ambulance rein. Als Preview sogar. Der wird dann Freitag auf Twitch besprochen. Und nächste Woche wird er dann auch auf YouTube dann sein, die Filmbewertung. Also von daher, schaut da rein. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis demnächst.